Danke. Es ist eigentlich kein Lightning Talk, sondern eine Vorankündigung. Es gibt wie jedes Jahr wieder den Open Commons Kongress und dieses Jahr zum Thema Jugend im Netz. Wir machen einen Crashkurs für Erwachsene, die gerne den Medienalltag von Jugendlichen besser verstehen möchten. Ihr seid jetzt alle herzlich eingeladen am 12. Mai nach Linz zu kommen. Es ist gleich gegenüber vom Bahnhof der Wissensturm, wo der Kongress wieder stattfindet. Dankeschön. Danke Magdalena.